So, hallo! Willkommen zurück bei Bloody Unboxing. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mal hier in meinen kleinen Kuschelsender reinschaltet und euch eine neue Vorstellung von einem Steelbook anseht. Ja, was jetzt heute kein Horror ist, aber es ist nur so eine Mischung aus Science-Fiction, Thriller, Action, irgend sowas. Und es kommt aus Russland. Ja, Mafia heißt das Ding im Originaltitel. Entschuldigung, die deutschen Verleiher hat sich gedacht, komm, das kann kein Mensch übersetzen, das ist viel zu schwer, der Titel. Machen wir Survival Game draus, packen wir einen englischen Titel dran, das macht ja richtig Sinn. Also die Leute, die da mitspielen und der Regisseur, also die sind wirklich unbekannt. Ich habe, vielleicht ist es der ein oder andere jemanden bekannt, aber mir sind sie unbekannt und ich habe es auch nicht so mit dem russischen Film, von daher gehe ich da gar nicht jetzt irgendwie tiefer drauf ein, sondern widmen wir uns doch gleich mal dem schicken Steelbook Survival Game. So, was auffällt, es ist keine Prägung drauf. Hier ist so eine kleine J-Card drumherum. Der Film präsentiert sich sowohl in 3D, ist da eine Prägung? Nee, ist keine Prägung. Inklusive 2D-Fassung. Wir packen es einfach mal aus, den Film habe ich noch nicht gesehen, ich weiß nicht, kam wohl bei Kritikern nicht so ganz gut weg. Ich werde mir mein eigenes Urteil bilden und dann schauen wir mal weiter. FSK 16, das ist sehr löblich, dass man hier einfach mal diesen Aufkleber, diesen 16er Aufkleber auf die Folie geklebt hat und nicht auf Steelbook. Dankeschön dafür an Cape Light, Pictures und Alive AG. So, dann haben wir hier diesen, das ist doch ein Traum, oder? So muss das sein, das ist halt Cape Light. Die machen da nichts fest und so mit Klebepunkten oder Klebeband oder sonstigem, die machen einfach den Einleger drum und dann war es das, reicht doch auch. Monumentale Science-Fiction-Action basierend auf dem weltweit bekannten Spiel Mafia, auch bekannt als die Wehrwölfe von Düsterwald. So, das sagt mir jetzt sogar sowas, das habe ich mal gehört. In einer fernen Zukunft, die abgestumpfte und gelangweilte Fernsehnation verlangt nach einem neuen Kick. Und so wird Mafia ins Leben gerufen, eine Live-Action-TV-Game-Show mit höchstem Einsatz. Wer das Spiel verliert, verliert auch sein Leben. Welche der Elf Teilnehmer schafft es vor den Augen der ganzen Welt seine schlimmsten Albträume zu bekämpfen und am Ende als Einziger zu überleben. Soweit zur Inhaltsangabe, die hier auf dieser J-Card drum herum liegt. Ja, und dann macht man natürlich auch gleich noch Werbung. Auf der anderen Seite Hardcore. Das Steelbook ab Herbst 2016 als limitiertes Steelbook. Gibt es aber auch als Mediabook. Und das kann ich euch jetzt schon ankündigen. Das wird dann auch von mir relativ schnell vorgestellt, sobald es eigentlich auf dem Markt ist. Kann sogar sein, dass ich es noch vor Survival Game vorstelle. Ich weiß es gar nicht. Man muss mal gucken. Ich produziere hier so die ganzen Videos ein bisschen vor. So, was haben wir denn hier? Survival Game 3D. Hier unten habe ich so zwei kleine Macken hier. Ach, was ist Scheiß. Guckt euch das doch mal an. Seht ihr das? Ich versuche es hier gegen das Licht zu halten. Ach, wie blöd, oder? Da ist eine Verpackung drum, eine Folie. Da ist ein Einleger drum. Und dann hat man hier unten zwei Macken. Ich bin fassungslos. Aber das reicht auch noch nicht. Hier unten ist auch noch eine kleine Delle drin. Ja, kack die Wand an. Guckt mal hier. Seht ihr das? Hier unten, genau an der Ecke. Hat sie einen Schlag gekriegt. Scheiße. Naja. War nicht ganz so teuer, das Steelbook. Von daher, ich werde es überleben, verschmerzen. Und finanziell kann es mich nicht weiter ruinieren. Wenn man nichts hat, dann hat man nichts. Survival Game. Cape Light. Hier nochmal 3D. Und ja, so weiter und so fort. Das Backcover. Auch hier eine Macke. Hier, guck mal hier. Ja, warte, schau mal gleich. Hier kriege ich einen Anfall. Hier ist eine Macke drin. Ja, ein Kratzer. Hier ein Kratzer. So. Ansonsten sieht es recht schick aus. Schönes Backcover, wie ich meine. Mit ein bisschen Steelbook-Effekt. Hat was. So pläulich gehalten. So ein einsamer Kämpfer hier in der Arena, vermute ich mal. Gut, dann schauen wir es uns mal an, wie es innen aussieht. Haben wir hier so einen kleinen Flyer von Cape Light Pictures. Winter 2014, 2015. Das ist doch mal ganz aktuell. Können wir mal weg tun. Und sehen, ja, was sehen wir denn? Eine Blu-ray 3D, die wie gesagt auch als 2D-Fassung abspielbar ist. Jetzt bin ich aber irritiert. Ich sehe hier nichts, sehe hier nicht drauf, dass hier irgendwo was mit 3D steht. Seht ihr was? Normalerweise steht doch da 3D drauf. Hier ist Survival Game, aber hier ist kein 3D. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Ich bin irritiert. Gut, ich werde es checken. Und werde es euch dann hier in die Kommentarfunktion oder bei Facebook, im Bloody Unboxing Facebook Channel, werde ich es euch hinschreiben, was hier los ist. Also das finde ich jetzt ein bisschen ungewöhnlich, wenn man hier vorne auf dem Artwork drauf hat, 3D. Und hier ist nichts 3D. Gut. Ich werde es recherchieren für euch. So, dann haben wir hier ein Innenartwork. Wie das halt leider so oft vorkommt, ist das ein bisschen schwach gehalten vom Druck. Aber man kann es ganz gut erkennen. Also hier ist irgendwas angeschlossen. Hier so eine Zauberkugel. Und dann laufen hier zwei Personen entlang. Sieht aus wie in so einer futuristischen Hochzeit. Dass die sich jetzt gleich das Ja-Wort geben. Die haben auch hier, sind händchenhaltend unterwegs. Ist doch nett. Also auch in ferner Zukunft scheint es noch so etwas wie Liebe und Gefühle zu geben. Das ist ein Traum. Ich bin total begeistert. So, jetzt geht hier wieder mal eine Lampe aus. Aber das stört uns nicht. Wir sind sowieso am Ende unserer Vorstellung. Survival Game 3D. Der rosige Action-Science-Fiction-Thriller. Ich bedanke mich für's Zuschauen und freue mich sehr auf das nächste Mal hier wieder bei Bloody Unboxing. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017